Ich hatte die Stelle fast sicher, ich hatte sie fast sicher und da sagt der Chef zu mir, Sie können die Stelle jetzt haben. Ich sage, ja. Da sagt er, ja, ich möchte Ihnen nur sagen, Sie müssen sich dessen bewusst sein, wenn Sie hier arbeiten, müssen Sie leistungsmäßig das schaffen, was normalerweise zwei Männer am Tag schaffen. Ach, ich sage, das ist nur eine Halbtachstelle.